Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ich bin stolz, dir etwas präsentieren zu dürfen, was ich selber extrem, extrem wertvoll finde. Nämlich, ein guter Freund von mir, Alex Rouge, hat mich seit vielen Jahren begleitet auf dem Weg zum Erfolg. Er ist ein Stück weit mein Mentor, wenn es um Marketing geht, wenn es um Business-Erfolg geht, wenn es aber auch um Gesundheit geht und Lebensqualität. Ich kenne niemand anderen, der so ein breites, geniales, großes Wissen hat wie er. Und er beschäftigt sich seit über 35 Jahren mit diesen Themen. Vor allem vieles Wissen aus Europa, aber auch aus Amerika oder anderen Ländern. Immer das neueste Wissen und ja, umgebrochen oder umverteilt, wie man es hier in Europa, in der Schweiz oder Deutschland, Österreich anwenden kann. Und nun gibt es die große, freudige Nachricht, nämlich, es gibt einen Ausverkauf. Er hat 27 Erfolgspakete. Das beste Wissen von ihm, aber auch anderen großen Trainern aus der ganzen Welt sind darin vereint. Und du siehst ja hinten dieses ganze unglaubliche Wissen, unglaubliche Paket, das hat einen Wert von über 17.000 Euro. Und jetzt kommt das Weihnachtsgeschenk. Er macht einen Ausverkauf und bietet einen unglaublichen Rabatt von über 14.000 Euro. Das bedeutet, du bekommst das gesamte Wissen für nur ungefähr 2.500 Euro. Verrückt. Genial. Und wenn du sagst, hey, ich will irgendwie weiterkommen, ich will Wachstum haben, ich möchte mehr im Marketing, im Verkaufwissen, ich möchte in der Gesundheit, in Lebensqualität, einfach in meinem persönlichen Wachstum weiterkommen, dann kann ich dir diese Pakete wirklich sehr ans Herz legen. Ich bin selber bei einigen dabei, weil ich mitproduziert habe und ich habe diese Dinge auch selber konsumiert. Es sind CDs, es sind Videos, also DVDs, es sind Erfolgspakete, es sind Poster da drin, es sind Karten drin. Es ist eine unglaubliche Fülle von Informationen, wo du wirklich alles abdeckst, bekommst, was du wissen musst für deinen Erfolg. Also, wenn du da weiterkommen möchtest, schau dir vielleicht noch das Video an von Alex, er erklärt es nochmals im Detail und dann gönn dir das. Und dann freue ich mich auf dein persönliches Wachstum.